Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier mit unserem Boy Adam, den wir glaube ich noch umstylen müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn wenn ich jetzt hier auf MC Dresser gehe, dann sieht das... naja aus. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in die Crate a Sim. Es sollte ja nicht allzu lange dauern. Musik 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 Das war ja wohl mehr als zügig im Vergleich zu sonst. Musik Ja, ich würde, denke ich mal einen Staubsauger kaufen, denn ich habe jetzt die neuen Packs installiert, wie ihr glaube ich schon eventuell aus dem letzten Video wissen könntet, weil da sind die auch so, wieso ist alles als neu markiert? Achso, ach keine Ahnung, irgendwie ist es komisch. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese neuen Kits installiert und dann geht es eh hier schon... Ne, also hier Rabatttag haben können wir uns auch schon mal einen Staubsauger leisten, den wir dann mal hier hinstellen. Weil wir werden ihn sehr wahrscheinlich gebrauchen. Ich habe auf jeden Fall Mods installiert, die das alles ein bisschen langsamer machen. Mal schauen, wie genau das dann jetzt alles sein wird. Und habe die dann jetzt auch wirklich helfen und so, weil es soll wohl schon so sein, dass dieser Staub viel zu schnell kommt und so. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Und sie dachte sich mal eben so, jo, wie wäre es denn, wenn wir hier ein bisschen Gitarre spielen? Yeah! Das Projekt wurde abgeschlossen. Cool! Also, in meinen Unterlagen steht, dass ich die Babys am Mittwoch altern soll. Das wäre ja erst morgen. Ich kann mich schon wieder nicht daran erinnern. Ist schon heftig, wenn man mehrere Projekte hat und das jetzt deswegen ja noch seltener kommt. Also, alle zwei Wochen ja quasi nur. Ähm, deswegen kann ich mir irgendwie Dinge halt nicht so gut merken. Aber, eigentlich geht's. Ist auf jeden Fall okay, denke ich, dass wir die dann morgen altern. Oh, ich muss mal Rechnung bezahlen. Hehe. Hoppla. Ey, der ist ja richtig gut dabei. Mensch. Okay, er geht zur Schule. Es wird halt nicht so viel bringen, weil er halt nicht Level 3 erreicht hat. Aber, was soll's. Okay, not gonna lie, aber dieser Kuchen sieht echt cool aus. Den würde ich auch in echt probieren. Okay, wir können jetzt leicht staubsaugen, weil ich hab mal sie hier prüfen lassen, wie es aussieht. Und, naja, so ein bisschen putzen kann man wohl. Und, naja, ist doch ganz cool, oder? Wow. Erstmal den Zeitpunkt nutzen und hier ein schönes Foto draus machen. Hehe. Oh, sie fühlt sich gut, weil sie gestaubsaugt hat. Wow. Oh, Legacy ist fertig. Mit Bewegung und ich glaub, dann auch komplett. Ich muss aber gleich nochmal gucken. Luffy! Happy Birthday to you! Sein Bro ist, glaub ich, auch fast fertig. Ja. Dann würde ich die gleich zusammen umstylen. Er ist Kind des Meeres. Und motorisch. Ja. Dann style ich die dann auch wieder zusammen um. Es ist ein bisschen später. Eventuell so zwei, drei Stunden oder so. Moini! Hoppla! Hm. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor, muss man schon mal sagen. Also, das ist schon krass jetzt hier Premiere. Wieso auch immer sie jetzt ein Buch von Kräuterkunde hat und das jetzt erwirbt, aber ich akzeptiere es einfach mal. Er schafft es leider heute nicht mehr. Also, beziehungsweise jetzt am heutigen Ingame-Tag. Aber, ja, dann kann ich die auch zusammen mit den Babys reinstecken. Level 4 der Kreativitätsfähigkeit? Wie hat er das denn geschafft? Also, jetzt mal ohne Witz. Also, das... Level 3. Level 2. Das ging ja mega fix. Wie soll denn das... How? Wieso ging das so schnell? Hä? Also, jetzt ohne Witz. Ich habe mich gecheatet oder so, ne? Ich schwöre auf alles. Ich verstehe das nicht. So, er zockt jetzt mit seinem Bro noch ein bisschen. Ähm, mit dem Schachttisch. Und mit Glück schaffen wir es dann, dass er noch Level 3 erreicht. Also, ich meine, so viel fehlt ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, er hat jetzt noch zwei Stunden Zeit. Hm, vielleicht wird es ja noch was. So. Ihr wart jetzt beide älter. Hello. Hi. Emilia. Ist albern. Dann haben wir Stefan und er ist auch albern. So, und den lassen wir jetzt noch denken. Und dann... Können wir in den Cars. So, und er lernt jetzt noch fleißig. Er schafft das schon. Rückzahlung erhalten. Woo. Yay. Dann können wir ihn altern. Und dann machen wir coole Outfits. Weil... Happy Birthday to you. Yay. Er ist... Korrekt und sozial. Dann starte ich die jetzt um. Dann starte ich die jetzt um. coat, ich proacion. Es ist auch nicht mehr im EU- von einem frischen PHP-Ton. Und dann gehe ich die jetzt um. Okay. micellbrven. Dann geht es um. So, ich versuche es den Sinn schon zusammen. Und dann machen die Cube. Und dann öffnen uns erstmalig – Und dann gehe ich also noch mal wieder. Und dann machen wiranson Aman台灣, Und dann leben wir gerne an. Es ist eine belge Mister. Keine -, oder Öffitel. Ist, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020